Baby Glück für Tom Beck und Chrysanthi Kavasi Die beiden Schauspieler werden wieder Eltern. Das gaben sie gemeinsam mit ihrem Söhnchen, 3, bei Instagram bekannt. Unser Herz springt vor Freude, Chrysanthi Kavasi ist zurück in ihrer allerschönsten Rolle. Die 34-Jährige, die durch die RTL-Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, als, Laura, große Bekanntheit und riesige Beliebtheit erlangte, wird zum zweiten Mal Mutter. Gute Nachrichten. Und unser Herz springt vor Freude. Schreibt Chrysanthi auf ihrem Social Media Account zu zwei Schnappschüssen, die sie mit nacktem Babybauch zeigen. Auf dem zweiten Bild ist sie zusammen mit Ehemann Tom Beck, 45, und dem gemeinsamen Sohn zu sehen. Alle drei halten eine Zeitung in der Hand, die als Schlagzeile die Baby-News verkündet. Lese-Tipp, zuckersüße Unterstützung für den GZSZ-Star, Chrysanthi Kavazis Sohn, 3, übt mit Mama Texte, Fans. Freunde und Kollegen des Paares sind völlig aus dem Häuschen und gratulieren mit Herzchen und Party-Emoyis. Chrysanthi Kavazis geht Anfang 2024 in Babypause. Bei GZSZ wird die Berlinerin weiterhin in den Studios der Ufa-Serial-Drama in Potsdam-Babelsberg bis voraussichtlich Anfang 2024 vor der Kamera stehen und dann in die Babypause gehen. Lese-Tipp, Heiratsfieber, GZSZ-Star, Chrysanthi Kavazis im absoluten Brautkleidhimmel. Vor kurzem drehte der Publikumsliebling noch für die Serie in einer der drei Hauptrollen ein Special in Paris. In der GZSZ-Folge in Spielfilmlänge geht es um Lauras und Johns romantische Hochzeitsreise, ein dunkles Geheimnis und den Höhepunkt von Emilys Karriere als Modedesignerin. Zu sehen gibt es das Special am 23. November um 19.40 Uhr bei RTL. zum Beispiel